Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Im Jahr 2015 wurden in Duisburg rund 300 Autos gestohlen. Bei der Verkehrskontrolle in einer Stichstraße stoßen die Polizeikommissare Katja Wolf und Florian Busse heute auf ein verdächtiges Fahrzeug. Was ist denn mit dir? Linker vorne, das funktioniert nicht. Die Hauptgründe, warum die großen Verkehrsstraßen umfahren werden, sind natürlich einmal Abkürzungen und zum anderen, wenn Personen irgendwie was zu verbergen haben. Vielleicht die ein oder andere Alkoholfahrt oder wenn jemand weiß, dass an seinem Fahrzeug was kaputt ist oder TÜV abgelaufen ist. Guten Tag. Fahrzeugkontrolle. Würden Sie einmal bitte den Fahrzeugschlüssel abziehen? Handbremse anziehen? Ja, bei der Fahrerin handelt es sich noch um eine recht junge Frau. Die war erstmal natürlich irritiert. Sie schien jetzt also noch nicht allzu häufig in eine Polizeikontrolle gekommen zu sein und dementsprechend, ja, sie wusste jetzt nicht, was falsch gelaufen war. Ihr war das noch nicht aufgefallen und da war sie dann recht unbedarft. Wir haben gerade gesehen, ihr Blinker funktioniert nicht. Haben Sie das schon bemerkt? Nein, habe ich nicht bemerkt. Haben Sie nicht bemerkt? Das Auto ist auch, also neu nicht, aber ich habe es neu gekauft. Also eigentlich hatte ich das durchgecheckt, ob alles in Ordnung ist. Ich habe jetzt echt nicht gedacht, dass da jetzt gleich mal der Blinker kommt. Ja. Ich habe das erst für zwei oder drei Wochen gekauft. Okay. Ja. Gut. Ja, haben Sie denn einmal die Fahrzeugpapiere dabei? Ähm, ja, Moment. Bei einer normalen Verkehrskontrolle lassen wir uns in der Regel von der Fahrerin oder dem Fahrer den Führerschein und den Personalausweis zeigen und die Fahrzeugpapiere. Und wir stellen da einen Abgleich fest und machen auch in der Regel eine fahrungsmäßige Überprüfung. Ich habe jetzt nur den Kaufvertrag, weil der Herr mir gesagt hat, er schickt mir die Fahrzeugpapiere zu, den Fahrzeugschein, aber das hat er bisher noch nicht getan. Also Auto ist noch nicht auf Sie angemeldet? Nein, also ich habe jetzt hier nur den Vertrag. Ja. Ähm, also er meinte, er schickt mir den nach, weil er den an dem Tag nicht dabei hatte. Und dann habe ich halt gesagt, also haben wir das abgemacht, dass er mir den nachschickt und jetzt kam noch nichts und ich wollte ihn anrufen, aber es ist keine Nummer dabei. Und dann... Also Sie haben zu dem Auto keine Unterlagen, außer dem Kaufvertrag? Außer dem Kaufvertrag. Haben Sie dann von sich einmal einen Führerschein dabei? Eine Personenabfrage über die Fahrerin ergibt keine Einträge, die Halterabfrage zu dem Wagen allerdings schon. So Frau Karius, das sieht also so aus, dass Sie da offensichtlich irgendwie in irgendeine Geschichte verwickelt wurden, insofern, als dass dieses Auto hier zur Fahndung ausgeschrieben ist, ja? Zur Fahndung? Ja, das heißt, dass es vielleicht geklaut wurde oder irgendwas. Fakt ist, dass das Auto ausgeschrieben ist, das heißt, wir werden das jetzt hier vor Ort sicherstellen. Der Wagen bleibt hier stehen. Ja. Die Kollegen von K. werden Sie dann zu der ganzen Sache nochmal befragen. Ja. Sie brauchen jetzt auch erstmal nicht in Panik ausbrechen, ja? Wir wollen jetzt erstmal nur von Ihnen alle Informationen wissen, die Sie haben und alles weitere wird sich dann klären. Okay. Mit dem Wagen und mit dieser ganzen Geschichte stimmt auf jeden Fall irgendwas nicht und wir müssen jetzt schauen, dass wir da Licht reinbringen, okay? Mhm. Alles klar. Nehmen Sie Ihre ganzen privaten Sachen raus. Wir haben die Dame vor Ort abgefragt, die war soweit negativ. Sie hat uns auch geschildert, dass sie da also von nichts was weiß und mit dem Ganzen nichts zu tun hat. Ob dem aber so ist, das müssen wir natürlich prüfen. Sie ist ein Fahrzeug gefahren, was zur Fahndung ausgeschrieben ist und dann müssen wir natürlich der Sache auf den Grund gehen, ob sie da jetzt involviert ist oder nicht. Wir haben das Fahrzeug jetzt an einem Straßenrand geparkt und führen die Person jetzt der Dienststelle zu. Ja, Elvon, hab ich so mit und die K-Wache ist informiert und erwarte ich da. Ja, danke. Das sichergestellte Fahrzeug wurde vor zwei Wochen als gestohlen gemeldet. Doch nicht nur das. Es wurde bei einem Raubüberfall auf einen Juwelier als Fluchtwagen benutzt. Noch ist unklar, ob die junge Frau etwas damit zu tun hat. Sie soll durch den Kriminalhauptkommissar Eckart Greitner vernommen werden. Tag zusammen. Hi. Moin. Und? Mit wem? Das ist die. Ladies first. Ja. Und das lernst du auch noch. Ich hab mir eben auch schon gemacht. Besser später als nie. Besser nicht. Erzähl. Das ist die Frau Karius. Karius, den Namen von den Mann. Wir hatten sie nach Verkehrskontrolle und sie hat ein Auto gekauft. Ist noch nicht auf sie angemeldet. Und jetzt haben wir aber über das Fahrzeug herausgefunden, dass es zur Fahndung ausgeschrieben ist. Moment. Das war schon zur Fahndung ausgeschrieben, als sie es gekauft hat? Ja, also ich war es auf jeden Fall nicht. Ich hab nichts gemacht. Ich hab das gekauft vor zwei oder drei Wochen. Und wurde jetzt angehalten wegen meinem Blinker und dann hieß es, das Auto wäre zur Fahndung ausgeschrieben. Kennzeichen waren noch dran, Kennzeichen waren gesiegelt, alles. Und das ist erstmal unauffällig. Im Kaufvertrag haben wir den Namen vom Vorbesitzer. Darf ich mal? Also das Fahrzeug, diese Person gibt es so nicht mit dem Personal da. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das Fahrzeug ist noch angemeldet auf dem Vorbesitzer, der unter diesem Kennzeichen gemeldet ist. Und unter diesem Kennzeichen ist das Auto seit zwei Wochen als Gestorben gemeldet. Wenn wir von den Streifenkollegen Personen übergeben bekommen, gleichwohl Beschuldigte oder auch Zeugen, ist es immer sehr wichtig, dass die Kollegen uns so gut als möglich den Sachverhalt mitteilen, aus professioneller Sicht und nicht unbedingt emotional, ich sag mal, geladen oder auch verfälscht. Frau Karius. Ich schlage vor, wir gehen mal in die oberen Gemächer und dann befrage ich sie nochmal ein bisschen genauer. Okay, ja. Eckhard Greitner hält die junge Frau für glaubwürdig und will mit seinem Kollegen Linus Haie ermitteln. Das ist die Frau Karius, die hat... Hallo, hallo. Der hat sein Auto angedreht und zwar allererster Güte. Heimlich, still und leise, irgendwo anonym am Duisburger Hafen. Und rein zufällig liegt das Ding ein. Der Typ, der hier als Verkäufer draufsteht, den gibt es gar nicht. Sie sind einen großen Bären, den haben Sie jetzt. Ja, also ich war echt naiv da, aber das wirkte eigentlich ganz seriös so, bis auf die Tat, dass er dann meinte, er muss jetzt noch weiterfahren und ob wir uns dann am Hafenparkplatz treffen können, dann könnte er mir das Auto da geben. Und dann hatte er zufällig die Fahrzeugscheine nicht dabei. Dann gehöre wir mal. Wenn man solche Geschichten hört, wie naiv die junge Dame in unserem Fall jetzt ein Auto gekauft hat, da fasst man sich natürlich an den Kopf und sagt, so etwas gibt es ja gar nicht. Doch, gibt es, gibt es doch offensichtlich sehr oft. Und diesen Dieter Müller? Den gibt es nicht. Es gibt nur zwei. Der eine, den gibt es eigentlich auch nicht mehr. Der wohnt in zwei Meter Tiefe. Und der andere hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist also alles Fantasie. Aber mal ganz ehrlich, Sie kaufen da ein Auto von einem. Haben Sie sich denn irgendwas von dem zeigen lassen? Personalausweis. Ja, also er hat mir hier den Vertrag gegeben und dann habe ich mir den auch nochmal durchgelesen. Der Vertrag war soweit jetzt nicht irgendwie auffällig. Aber ja, natürlich, ich hätte mir nochmal die Ausweise zeigen lassen sollen. Das war das erste Mal, dass ich mir ein Auto gekauft habe. Wie alt sind Sie, Frau Gariusz? 27. Wenn wir einen Geschädigten haben. Der ist jetzt immer noch unter dem Eindruck des gerade Erlebten. Da wird vieles einfach vereinfacht. Es wird zusammengestrichen. Man hat ja auch eine Last, die man trägt in dem Moment. Und wir hinterfragen Details. Teilweise hat das auch den Sinn, dass abgelenkt wird. Und zum anderen ist es auch von Vorteil, weil dann Details dann noch erinnerbar sind. Und für uns sind die wichtig. Haben Sie denn in irgendeiner Form eine Möglichkeit, uns den mal ein bisschen zu beschreiben? War er älter, war er jünger, war er groß, klein, dick, dünn, dunkle Haare, helle Haare, das Übliche? Der war so Mitte 30, würde ich jetzt mal schätzen. So Anfang, Mitte 30 vielleicht. Fangen wir oben an, Haarfarbe? Dunkel, also braun würde ich sagen. Kurz, lang? Kurz. Brille? Nee. Bart? Nur so Stoppeln. Stoppeln. Ja, genau. Aber kein richtiger Bart. Und der hatte einen Blaumann an. Bei einer Täterbeschreibung, egal ob sie jetzt nun unsere Geschädigte oder Zeugen oder aber auch der ganz normale Bürger abgibt, ist natürlich für uns wichtig, so detailliert wie möglich. Das fängt von oben nach unten an. Alles, was an Auffälligkeiten da ist, je auffälliger, desto besser, sei es Tattoos, sei es Körperschmuck, irgendwas, was man halt sieht. Aber auch natürlich ganz normalen Sachen wie Statur, Bekleidung, Augenfarbe im Optimalfall. Also je mehr, desto gut. Sonst irgendwas an Auffälligkeiten an dem Typen? Nee, an dem Typen nicht, aber was mir jetzt gerade einfällt, der hat mir einen Kugelschreiber gegeben. Ach wie nett. Zum Unterschreiben. Für 2000 Euro. Könnte von mir auch einer. Nee, der hat mir nicht geschenkt, aber halt zum Unterschreiben vom Vertrag. Und da war so ein roter Käfer drauf. Wie ein Käfer? Hier so ein VW-Käfer. Achso, ein VW-Käfer. VW-Käfer, so ein Beatle. Auf dem Kugelschreiber. Also fast so ein Werbekuli oder was? Ja, das war auf jeden Fall irgendeine Promotion-Sache, irgendeine Werbung. Stand da irgendwas noch mit drauf? Ja, also da stand was oben drüber. Da stand alles klar, aber mit C. Und das L in Klammern. Also alles K, alles klar. Ich glaube, ich habe da mal ein kleines Déjà-vu. Ich bin mal kurz weg. Also zunächst einmal, als sie mit dieser Aussage kam, dass sie sich an einen Werbekugelschreiber erinnert. Das ist ja schon ziemlich skurril. Also ich unterschreibe auch jeden Tag 1000 Sachen und achte nicht darauf, was für ein Kugelschreiber. Aber dieser Kugelschreiber war wohl so markant, dass sie ihn auch gut hat beschreiben können. Und da macht es bei mir Klick, weil genau dieses gleiche Emblem, was so häufig ja auch nicht einem vor die Augen kommt, hatte ich in einem anderen Zusammenhang vor wenigen Tagen. Als sie das erzählt hat mit diesem Kiefer. Ja. Guck dir mal den Typen an. Das ist aus der Raubgeschichte einer von unseren paar Tagverdächtigen, die wir noch haben. Du weißt ja, diese Geschichte, wo die ganzen Klunker weggekommen sind, die Kohle und so weiter. Und guck dir mal, was da drauf ist. Deswegen habe ich gerade gedacht, hallo, Nachtigall. Gut, dass ich meine Brille auf habe. Siehste. Alles klar. Den haben wir vor zwei Wochen, ist dieser Raub gewesen. Er ist einer von den paar, die noch übergeblieben sind. Kein guter, siehste. Ja, Körperverletzer, Räuber, Beleidiger, alles Mögliche, quer durch Strafgesetzbuch. Aber dieses Ding hier und einen Blaumann an. Passt. Vielleicht sollten wir Sie mal fragen, also ich decke ihn natürlich ab, aber ob Sie da zumindest das entlegen. Ob das passen würde, ne? Die Kriminalbeamten vermuten, dass der vorbestrafte Werkstattinhaber der Verkäufer des gestohlenen Wagens ist und sich somit wegen Autodiebstahls und Betrugs strafbar gemacht hat. Der Raubüberfall auf den Juwelier konnte dem Mann bisher nicht nachgewiesen werden. Um Klarheit zu erlangen, befragen die Beamten die junge Frau. Das ist der Typ. Das ist er. Der Autoverkäufer. Ja, das ist er. Wir wollten natürlich der jungen Frau nicht die gesamte Akte zeigen. Das geht natürlich auch rechtlich gar nicht. Es ging uns nur um dieses Emblem. Das hat sie dann gleich wiedererkannt und dann lugte sie wohl irgendwie so ein bisschen und hat sofort gesagt, Mensch, also das ist er doch. Auf jeden Fall hat sie ihn sofort erkannt und das muss für uns ja noch nichts heißen, aber es bringt uns zumindest erstmal auf eine Spur. Ich würde mal sagen... Dann sollten wir uns doch mal intensiver mit ihm befassen. Die Beamten vermuten nun umso mehr, dass der Verdächtige für den Überfall auf den Juwelier verantwortlich ist. Bei dem Raub wurde ein hochkarätiger Diamantring entwendet. Auch 15.000 Euro und weitere Schmuckstücke wurden gestohlen. Ja, sollen wir da mal gucken? Du, wir haben Privatadresse hier drin. 15.000 Euro sind auch noch geklaut. Also das wäre ja mal ein Ansatzpunkt. Adresse ist drin, er läuft draußen frei herum. Dann besuchen wir ihn dann mal. Vielleicht nicht mehr lange, man weiß es nicht. Lass uns den mal besuchen. Wir werden jetzt als nächstes die Privatadresse des Menschen mit diesem Aufdruck auf seinen Blaumann aufsuchen, die wir ja in der Akte haben. Wollen mal schauen, ob wir ihn dort antreffen und näheres, zumindest zu dem Fall heute, ob es nun um die Raubgeschichte weitergeht, wissen wir ja nun noch nicht. Aber in der Sache mit dem Fahrzeug, was ja nur auf dubiose Weise verkauft wurde, erhoffen wir dann mal so ein paar Aussagen von ihm zu bekommen. Seid ihr so nett und würdet ihr sie gleich nach Hause schicken? Und wir treffen uns dann gleich unten nochmal und fahren daneben los. Wir erklären euch gleich alles weiter. Okay. Gut. Gut. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen gewaltbereiten Schwerkriminellen. Linus Haie und Eckart Greitner wollen den Mann wegen des Verdachts auf Autodiebstahl und Betrug festnehmen und fahren deshalb seine Wohnadresse an. Wir haben gerade die Wohnanschrift des Herrn Busse aufgesucht. Dort haben wir ihn nicht antreffen können. Wir wissen aber, dass er ganz hier in der Nähe eine kleine Kfz-Werkstatt betreibt. Und da sind wir jetzt hin unterwegs. Da die Eigensicherung Vorrang hat, werden die Kriminalbeamten von Schutzpolizisten unterstützt. Ihnen steht ein dramatischer Einsatz bevor. Bist du so nett und bleibst hier vorne ein bisschen? Wir gehen mal eben rein, wenn du vielleicht, ich denke mal, da geht es irgendwie zum Hinterausgang. Nicht, dass uns da jemand stiften geht, nur für den Fall. Wir wussten natürlich, als wir eingetroffen sind, nicht, ob wir ihn hier überhaupt antreffen. Deswegen haben wir uns erstmal einen Überblick über die Örtlichkeit geschaffen, haben uns natürlich abgesprochen, wer was und wie, wann macht. Haben einen kurzen Blick in die Werkstatt geworfen, haben unsere Kollegen von der Schutzpolizei aufgeteilt, dass wir die Vorder- und Hintereingänge so ein bisschen gesichert haben. Und dann sind wir reingegangen ins Büro, um mal zu schauen, wen wir da treffen. Guten Tag. Frau Busse? Ja. Mein Name ist Greitner, Kripo Duisburg. Hallo, Kripo Duisburg. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Wir suchen Ihren Mann. Meinen Mann? Ja. Ja, den suchen wir. Warum? Das würden wir zunächst einmal gerne mit Ihnen besprechen. Ist er hier? Der ist den ganzen Tag noch nicht hier gewesen. Der ist zu Hause im Bett, der ist krank. Zu Hause im Bett, ist krank. Hat er was an den Ohren oder Kopfschmerzen oder was? Ich glaube, Magenschmerzen. Magenschmerzen. Ja, wir waren nämlich gerade bei Ihnen zu Hause und da hat niemand geöffnet. Da war gar nichts. Die Aussage von Frau Busse, wonach sie ihren Mann zu Hause vermutete, ja, schwer zu sagen. Also sie wirkte schon so, dass sie ganz sicher war, dass er nicht im Objekt hier an dieser Werkstatt ist. Die Geschichte mit, ja, er liegt zu Hause und hat Magen, naja, also mir schien sie weiß irgendwas, aber nicht konkret alles. Sie wissen nicht, wo er ist. Nein, ich habe ihn den ganzen Tag noch nicht gesehen. Mit ihm telefoniert vielleicht, das wäre nett, wenn Sie uns das sagen können. Aber heute Morgen ging es ihm nicht gut und dann bin ich nur nach hier gekommen, um ein paar Aufträge zu erledigen. Mhm, mhm, mhm. Okay. Schönen Ring haben Sie da. Ja, danke. Warum sind Sie denn hier gefahren? Den haben wir mein Mann vor zwei Wochen zu unserem Hochzeitszahn geschenkt. Das ist aber nett von ihm. Darf ich den nochmal sehen? Ja, aber sehr nur oben. Das ist ja wirklich ein Schmuckstück, par excellence. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Ist mein Mann nicht ihrig kalten? Das könnte man fast so ausdrücken, ja. Aber das möchten wir gerne mit dem selbst besprechen. Wer ist dahin noch? Eigentlich ist keiner hier. Dürfen wir mal, ja? Gucken Sie nach. Hallo? Hallo? Ach, der Busse. Hallo. Gucken Sie mal. Polizei. Hey, hey, hey. Bleib still. Bleib still. Runter, runter, runter auf den Boden. Ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ah, nimm dich, nimm dich, nimm dich, verdammt. Ich glaube, er ist unverletzt, wenn ich das richtig sehe. Ganz ruhig, ganz ruhig. Als wir den Sturz gesehen haben mit dem Motorrad, denkt man natürlich erstmal das Schlimmste. Das sah ja auch ziemlich heftig aus. Zum Glück für den Betroffenen hat er sich ganz schnell wieder aufgerappelt. Also er war augenscheinlich nicht verletzt. Oder er stand unter Schock, das konnten wir natürlich noch nicht feststellen. Aber er war ja sofort verbal wieder voll auf der Höhe und aggressiv. Also dass der schwerer verletzt ist, konnten wir mehr oder weniger ausschließen. Schau mal. Den hat er auch noch. So, erstmal den Helm ab. Ach guck, das haben wir doch schon mal gesehen. So, einsetzen. Die Beamten erklären dem Mann seine Rechte, während sie ihn festsetzen und durchsuchen. Eckhard Greitner findet dabei ein äußerst wichtiges Indiz. Kontoauszüge. Oh, ich sehe schon. Ich fasse es nicht. Tatsache, am Tag des Raubes hat er 15.000 Euro aufs Konto gezahlt. Und einen wunderschönen Ring spendiert. Wir konnten ja nun bei Herrn Busse diesen Kontoauszug sicherstellen, aus dem hervorgeht, dass er 15.000 Euro am Tag des Raubüberfalls exakt die geraubte Summe auf dem Konto eingezahlt hat. Und zudem hatte Frau Busse einen Diebesgutring hier am Finger. Das sind Indizien. Ob es letztendlich als Beweis ausreichen wird, das vermag ich nicht zu beurteilen. Das werden die weiteren Ermittlungen ergeben. Alles geklaut? Was? Und ich dachte, die Werkstatt läuft. Ist gar nicht geklaut. Darf ich um den Ring bitten? Das ist leider nicht möglich, dass sie den behalten. So leid es mir tut, aber da werden sie sicherlich verständlich sein. Ja, den haben wir auch schon mal gesehen. Den habe ich gekauft. Ja, Geld genug hatten sie. Geld genug war ja am Konto. Was soll das denn heißen? So, ich denke, wir unterhalten uns mal an der Wache. Genau. Und dann... So, ähm... Ich denke, wir werden auch noch mal sprechen. Ja. Kümmerst du dich um die Sicherstellung von dem Ding? Ja. Ja. Gut, danke. Ja. Ja. Dann fahren wir mal ins Trockene. Würde ich auch sagen. Der Mann wird wegen schweren Raubüberfalls, Autodiebstahls und Betrugs angezeigt. Plötzlich erscheint die Geschädigte am Einsatzort und will den Täter zur Rede stellen. Die Polizisten greifen deeskalierend ein. So, Beine rein. Ja, ja, ist ja schon gut. Also gegenüber der Frau Karius hat Herr Busse meines Erachtens nach einen Betrug begangen. Er hat ihr also etwas verkauft, an dem sie keinerlei Eigentum erwerben kann. An gestohlenen Sachen kann man kein Eigentum erwerben. Insofern ist sie einem Betrug zum Opfer gefallen, wird dann den Schaden auf dem Zivilweg bei Herrn Busse einklagen müssen. Wir werden ihr das Geld nicht zurückerstatten. Du fährst, ich setz mich hinten neben Ihnen. Das ist auch in Ordnung. Die junge Frau will in Zukunft vorsichtiger sein.